Die heute eröffnete Ausstellung verbindet auf spannende Weise eine historische Dokumentation zur Geschichte des Frauenwahlrechts in Deutschland und unserer Stadt Koblenz mit einer zeitgenössischen, kreativen Auseinandersetzung von zwölf Künstlerinnen aus Koblenz, Bonn und Köln mit diesem zeitgeschichtlichen Thema. Deswegen haben wir einen Kreis von Künstlerinnen ausgewählt und die Grundvoraussetzungen waren nur, sie sollten sich eben für das Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht im weitesten Sinne interessieren. Die Kunstwerke sind dabei aber nicht bloße Anstöße zu weiteren Fragen, sondern beleuchten auch innere Konflikte, die durch das Wahlrecht entstehen, auch noch heute. Und das war natürlich, wie Sie sagten, ein ganz toller Anspruch, da die völlig unvereinbaren und manchmal sehr gegensätzlichen Positionen miteinander zu verbinden. Aber nicht zu sehr. Die Künstlerinnen bleiben immer noch die Künstlerinnen. Die lassen sich nicht überall einspannen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017